Zusammen, das ist das Internet aus dem Kehlkopf. Wenn du die Seife auf den Laub schmiest, dann kann sie nachher auf dem Wasser rumfahren. Die Seife macht, dass Wasser weniger am Blatt kann haften und darum schlifert sie zu, sagen immer davon. Auf dem Baum hat es mega viele Pullen. Ich habe keine Ahnung wann. Irgendwie sind die Hulsscheinenteiler gleich lang, aber dann auch wieder nicht. Jetzt sind sie wieder gleich lang. Und jetzt noch ein bisschen Magnet-Magic. Ein schlauer Frosch. Wunder-klima-lag-chillt. Im Thurgau gibt es so viele Moskritos, dass es Moskrito-Tornados gibt. So, das war's wieder xin. So, das war's wieder xin. So, das war's wieder xin. So, das war's wieder xin.